Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Itemshopwatches auf giltnews.de. Mein Name ist Herz Melody und ich zeige euch heute den Knochendrachenstab. Den seht ihr gerade schon hier im Hintergrund. Der ist jetzt neu im Edelsteinshop, den könnt ihr aktuell für 600 Edelsteine kaufen und hat, wie ihr seht, so ein Drachenskelett mit einem roten Flammeneffekt und einem pulsierenden Herzen darin. Ihr seht das, dass das so ein bisschen pulsiert. Und, genau, der Stab an sich macht sonst keine Effekte beim Laufen und auch keine Geräusche. Also ihr hört es gerade, da tut sich nichts und auch wenn ich laufe, dann macht der keine Effekte oder zieht irgendwie was hinter sich her oder so und auch das hier ist von meiner Elementarmagierin an den Händen. Genau, der Stab sieht einfach nur sehr schick aus mit seinen Hörnern und ja, das war es dann auch schon. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020